So Leute, ihr seht schon, ich habe einen Huhn vor mir stehen. Und worum welche Aufgabe geht es? Ein Wolfzahn, ein Wildscheinmauer und drei Hühnerfeder drin. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Denn wir sammeln jetzt direkt die Feder ein, nicht durch Sterbe oder sonst irgendwas. Zack, Aufgabe geschafft. Denn das Problem ist ganz einfach. Gefühlt bin ich jetzt drei Runden lang hier in diesem Bereich rumgerannt. Und habe nicht einen Huhn gefunden. 23 Dinosaurier, 25 Schweine, Wölfe. Also man findet eigentlich hier in dem Gebiet alles, alles was man braucht. Nur Hühner sind gefühlt mangelbar. Ich werde euch natürlich gerne helfen. Also wenn ihr Tiere finden wollt, müsst ihr halt wirklich in dem Bereich hier so landen. Ich habe meine Tiere auch hier. Da habe ich meinen Wolf gefunden und die Schweine, damit ich ein bisschen abgelegen bin. Aber denkt dran, das Ganze könnt ihr natürlich immer nur in Solo-Du- oder Team-Modus machen. Denn in Gruppenkeile sind die Tiere halt einfach nicht da. So, wenn ich euch damit schon weiterhelfen konnte, lasst natürlich gerne ein Like da, gerne auch ein Abo dalassen. Und eventuell sogar mal einen Creator-Code eintragen. Sei der 41. Der den Creator-Code eingetragen hat. Grüße gehen schon mal raus an die anderen 40. Und wie gesagt, die Aufgabe ist nicht so einfach, obwohl sie eigentlich einem sehr einfach vorkommt. Aber wie gesagt, die Dinosaurier, alle fressen die Hühner auf. Ihr wisst ja selber, die Wölfe fressen Hühner. Die Schweine essen Hühner. Die Reptoren fressen Hühner. Also gefühlt überall tote Knochen. Also totes Fleisch, was irgendwo rumliegt. Also ich bin eben dreimal gelandet und nirgendwo was gefunden. Wenn ihr Tipps habt, wo ihr Hühner findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann das gerne nachprüfen und pinne deinen Kommentar dann an. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.